All right, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße mal an Team Challenge aktiv. Ihr wollt für Jennifer Walters den She-Hulk-Skillen freischalten. Dafür müsst ihr die Anwaltskanzlei besuchen. Ich zeige euch, wohin ihr gehen solltet natürlich, ne, keine Zeit verschwenden. Und zwar findet ihr die Anwaltskanzlei tatsächlich in Retail Row. Ganz rechts auf der Karte, neben Lazy Lake, findet ihr an der Ecke, etwas links von, ne, von der ganzen Stadt, findet ihr dieses neue weiße Gebäude. Da steht auch schon Anwaltskanzlei Jennifer Walters. Besucht die mit dem Skin. Ihr müsst den Skin spielen, ihr müsst mit der hier vorbeikommen. Und dann kriegt ihr auch entsprechend die erste Stufe für den She-Hulk. Ich zeige euch noch Stufe 2 und 3. Ihr könnt natürlich gerne jetzt schon Like-Button, Abo-Button reinhauen, wenn euch das hilft. Ich werde auch noch für die anderen Helden ganze Challenge-Videos machen. Für Tor und Blut findet ihr oben rechts auf dem I. So, für die zweite Aufgabe müsst ihr Doom-Handlanger töten. Aktuell ist dieser Ort einfach der verschwitzteste Ort überhaupt in den gesamten Spielen, ne. Doom's Domain ist es. Ich empfehle tatsächlich dieses Haus hier. Dort findet ihr eigentlich immer wieder ein paar Handlanger, die frei rumstehen und vielleicht nicht ganz so krass umkämpft ist wie alles andere. Ne, da ist Nummer 1 zum Beispiel. Kann man auch noch verhören für ein paar Erfahrungspunkte. Zack, dann habt ihr auch schon Aufgabe Nummer 2 erledigt. Und dann kommen wir noch zur Aufgabe Nummer 3. So, und für die dritte Aufgabe müsst ihr Vasen tatsächlich zerstören. Die gibt es an mehreren Orten, unter anderem Dirty Dogs. Da soll es noch was geben. Abo oder auch in Camp Code. In diesem Gebäude könnt ihr eine Vase kaputt machen. Und dann setzt ihr den Emote ein und schaltet She-Hulk frei. Dann wird ihr ein bisschen grün von Neid, ne. Genauso wie ich neidisch bin darauf, dass ihr dieses Video guckt, ja. Auf der rechten Seite findet ihr Thor oder Groot. Wenn ihr dort noch Hilfe braucht, Leute, ne. Würde mich natürlich gerne freuen. Und wir bei Flosse. Klopp. Bleib.